Willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA ST Team mit mir Joe Und wir machen jetzt weiter mit der Mission Checkpoint Charlie Wenn er mich jetzt mal hinsetzen würde Und jetzt kommt Veroff Power Auf geht's So, Versuch 10.000 Könnte man echt meinen So, jetzt rechst du, komm An und ich Ja, An und ich hoffe Rech, gut Komm jetzt Pro, Pro, Pro Rechst du Pro, komm Auf geht's, Schatz, komm Pro, 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 Pro Pro, Pro, komm Zeig uns deine Pro und es ist du gut Komm Pro Yes, Pro! Wieso muss ich im Scheiß rennen fahren? Mir gehört doch schon die Bootswärfe. Naja. Keine Zeit verlieren, auf geht's. Los, auf schon. Wir müssen uns so anlecken, das ist wichtig. Oh man, ich sag doch noch. 2 Minuten 10 sind ziemlich wenig. So eine große Strecke. Zeig mir mal was ein echtes ist. So eine Strecke sind 2 Minuten 10. Ja, dann muss man erstmal nach Miami gucken. 2 Minuten 10. Das war schon ein Tierarzt. Und wenn ich mich sag glücklich schreitze. Ja, das ist schon hier. Nein, wir haben gewonnen, wir haben jetzt gleich einen Panzer von oben, oder wie? Yes, gewonnen! Bootswerft Missionen erfüllt, ja, Missionen eigentlich, wir hatten nur eine. Hm, bis zu 2.000, wenig weniger, aber wir mussten ja eh machen. Aber 5.000 Dollar, wenn du so bekommst, ist nicht schlecht. Perfekt. Ja, und jetzt? Na, ein bisschen näher ran fahren. Vielleicht seitlich, kurz eine Runde drehen. Okay, das war jetzt eine große Runde. Mann ruft uns der Forelli mal an. Ja? Können wir seine Forellen nicht mal kennenlernen. Schau dich noch nicht an, zum Wasser. Ich komm nur in Kalle. Oh Mann. Näher ran, bitte. Auf gehts, los Mann. Sprechen, Tommy Vazetti. Ja. Ja. Hey, Lady. Sweet. Hey, geil. Let's be friends. Let's be friends. Ich hab dich geschlagen. Hä 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 hä. Bam. Sie will fighten. Yes, ding 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 ding. Here is your winner. Ah, noch nicht. Okay. yo mama ja komm her jetzt komm du kriegst auch noch eine kommt der roll hinterm richtig knackig sehr schön knackig jetzt habe ich jetzt die polizei wo geht der id drehen sich einfach wieder weg reden brauche ich ja nicht, ich hau es gerade wir haben ja alle missionen gemacht, warum kommst du jetzt nicht der sonny müsste anrufen und dann haben wir einen klub vorbei was darf geht das ist doch ein schickes ausschicht rum rum alter was sind das für fettis ratz 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 rüber komm ratz ratz komm ratz yo GOOD ja bekommen das ist 2022 BAM It's fine, it's fine Was? Also nein, jetzt klopft er mir das Leben raus BAM 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 Drecksack 10.000 Dollar und rein in den Club Nur für geladene Gäste, ihr dürft ihr nicht rein Sie dürfen weiter Polizist Sie müssen weitergehen Will ich denzen? Wenn wir denzen? Will ich denzen? Will ich denzen? Will ich denzen? Wir kommen Boah, weiter Dann Guck, schau dich, schau dich, schau dich Bratz, hier Ist das noch ne Kettensäge? Oh ja Scheiße Ich will mich umbringen, meine eigenen Leute Ich renne hoch Hehehe Ein richtiges Messel Yes So Call me, call me, nee Call me, call me Alter, wie die abzieht Massaker Jaaa, fisch mein Outfit dazu Bratz Kommt, kommt mit eurer Armee an Ich auch nicht helfen, nee Da hat's immer noch eine Guck mal nach wo Hallo, ich möchte die Ruhe im Club haben Jawoll Schön, oder? Zu ruhig im Club Jetzt gehen wir raus, heizen Jiiiiiii Haaaah Ah, komm her Ja, steht da nicht so da Kommt nur was zu Raus aus meinen Club Der gehört mir Raus hier Warte Warte Oh ja, jetzt kommt ja mehr Kommt her Kommt her Schiebt eure Panzer her Auf geht's Dann kommt doch her, wenn euch traut Nein, ich muss doch nicht rein Nein Bratz, jetzt macht das Damage Los Alter, aber Aaaaaaah Yes, wo ist eure Armee? Wo ist eure Armee? Wo soll die sein? Ein Helikopter kommt Also wie schnell fliegt der? Nach Mexiko oder was? Jiiiiiihaa 31 South by the point Was war das jetzt? Wie verpackt Ihr kriegt mich niemals, ihr Bollenschweine! Die Armee kommt Was war die Armee? Wir kommen her Auf geht's Wacken wir's von Panzer Ja, ich glaube die mobs ich Ja Jetzt geht's ab Komi Nein! Zieh mich einfach raus! Unnötig Unnötig Panzer ist unnötig Dreckiges Gesocks Wann ich die Scheibe einschlagen? Nein! 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 Oh! Nein! Nein! Ich verreck hier in dem Auto Oh ja! Im Jeep verreckt Oh ja! Leck mich! Ich glaube ich jetzt halt im Krankenwagen BAM! Anhalten! Dies ist eine Inspektion! Nun aussteigen Halt! So! Jetzt geht's Auto mir Und ich lasse sie jagen Und drüber fahren Und nochmal zurück Zurücksetzen Genau! Lass mich nochmal aufsteigen Und nochmal drüber fahren Nein! Ich will lieber dein Motorrad haben Komm her! Deine Gelände Komm! Gib mir dein ATX Deine ATX Komm! Gib's mir! Dankeschön! Und brumm! Und brumm! Kann ich da mit drüber? Mal schauen Alter! So ein Freak! Meine Fresse! Mein Freak! Okay ich bräuchte ja eigentlich schon eine PC600 Würde ich hier so sagen Scheiße! Hiiiiiiii! Haaa! Nein! Ach man! Ich habe trotzdem den Stunt geschafft! Das zählt! Das zählt! Das zählt! Geht's doch nicht! Ah Pinkerman! Danke schön! Und raus hier! Los! Ich habe krschlobe! Gott, schönes! Ich habe em die Glück! Ich war schon jemanden! Aber ich habe keinen Sinn! Das nehme ich von mir! Das zählt! Das war schon! Ah ich habe kundengelernt! Ich habe wirklich kundengelernt! Aber es war etwas nicht so gut! Aber du musst dir was... I was dancing with my lighter and my hair went up like a christmas tree Sooo Will ich trotzdem kurz das aussehen? Schlappe Ja komm mit hoch, auf geht's, komm mit hoch Hallo Jaa, sie kommt gar nicht mehr, weg mich Och man Die, weiß ich, dass sie ne Shotgun hat oder so Die verrückte Sieht die von dem Cover? Ja, das war die Och, ich will doch jemanden abstechen Sie schlägt mich halt Es geht weiter auf mich los Komm mit meinem Büro, auf geht's Komm mit meinem Büro, bitch Jetzt kommt Auf geht's Jetzt kommt her Komm mit meinem Büro Auf geht's, komm Jetzt komm mit meinem Büro, komm Schaffst du dich rein? Ohhhh Zu langsam Komm mit meinem Büro Auf geht's Dann stirb halt hier Dann stirb halt hier Jaaaa Da haben wir gesehen, jetzt sind wir halt mit ein paar Zeilen Die ich versuche jetzt äh An den nächsten ähm Parathies ähm Endlich mal in einen Forelli ran zu kommen Wir sehen uns Bis dahin Ja Danke fürs Zuschauen Und Ja Bis zum nächsten Mal Ciao